hallo freunde der wissenschaft hier ist wieder christoph vom entdecker lab und heute zeige ich euch was ein flaschenteufel ist ja ein flaschenteufel oder flaschentaucher das ist ein kleines spielzeug was ihr euch im spielwarenhandel besorgen könnt ich habe hier so eine qualle oder tintenfisch je nachdem und dazu braucht ihr noch eine flasche voll mit wasser der flaschentaucher kommt jetzt hier rein ich drehe die flasche zu dass wirklich kein wasser rauskommen kann und der trick ist jetzt dass man feste auf die flasche drückt und dann guckt ihr mal was passiert ich kann den flaschentaucher tauchen lassen indem ich auf die flasche drücke ich kann ihn auch im wasser schweben lassen das ist ein bisschen fingerspitzengefühl indem ich den punkt raus finde die kraft die ich brauche damit er genau an einer höhe schwebt ich kann ihn steigen lassen wieder anhalten wieder runter tauchen lassen indem ich fester drücke und wieder aufsteigen lassen das ist ein lustiges spielchen dazu braucht ihr nicht unbedingt einen flaschentaucher kaufen sondern ich zeige euch mal wie man einen bastelt als erstes habe ich hier so ein kleines backölfläschchen genommen das gibt es im supermarkt in der backabteilung hier steht back aroma zitrone das kommt in den kuchen damit ja ein bisschen nach zitrone schmeckt das backöl röhrchen fülle ich jetzt etwa zur hälfte mit wasser das geht am besten mit so einer pipette sonst habt ihr mühe da wasser rein zu bekommen ja ich mache es mal so drei viertel voll dreh es mit der öffnung nach unten und schmeiß es in mein glas gesehen war zu viel wasser drin es ist sofort gesunken ich muss es versuchen mit weniger wasser zweiter versuche ich nehme nur ein drittel wasser das erste fläschchen war zu schwer und ist sofort gesungen schauen wir mal ob das geht auch zu schwer es ist immerhin langsamer gesungen nur ganz wenig wasser nur dass es oben so ein zentimeter drin steht mal gucken ob es jetzt geht ja jetzt schwimmt es und jetzt kommt die kappe oben drauf die verschluss kappe und jetzt probiere ich mal ob ich das wenn ich die flasche drücke das fläschchen sinken lassen kann ja das geht super gut genau wie man gekaufter flaschentaucher aber was ist hier passiert das fläschchen hat sich auf den kopf gedreht mit der öffnung nach oben und wenn ich dann drücke dann entweicht die luft aus dem fläschchen wasser kommt rein und wir zu schwer es sinkt nach unten das heißt ihr müsst aufpassen dass ihr dass ich das backölfläschchen nicht dreht es muss immer mit der öffnung nach unten sein das kriegt er aber mit der zeit ganz gut hin aber ich will noch mal was anderes ausprobieren und zwar die das obere ende von sondern pipette das habe ich mal abgeschnitten und auch da fühle ich ein bisschen wasser ein und hänge eine büroklammer dran so dass man das auch ein bisschen besser sieht und schau mal ob das funktioniert das funktioniert nicht hier muss noch mehr wasser rein das ist zu leicht das schwimmt die ganze zeit oben da kriege ich nicht genug wasser rein so dass es schwer genug ist das muss man ausprobieren müsst ihr testen hier muss ich schon recht kräftig drücken aber es funktioniert ja wie funktioniert das ganze die luft die sich hier oben in den pipettenball oder auch in den backölfläschchen befindet die kann man zusammen drücken wenn ich von außen auf die flasche drücke dann drücke ich sozusagen über das wasser die luft in dem ball zusammen und mehr wasser steigt in den pipettenball oder ins backölfläschchen dadurch wird das schwerer und sinkt lasse ich den druck wieder nach dehnt die blase sich wieder aus das fläschchen wird leichter und schwimmt wieder nach oben ja ihr könnt das zu mal nachmachen das macht richtig spaß ist ein lustiges spielchen und vielleicht auch ein kleines projekt auf dem forschergeburtstag wenn euch das gefallen hat schaut beim nächsten mal wieder zu nächsten sonntag gibt es ein neues experiment abonniert den kanal und drückt die glocke damit ihr das nicht verpasst tschüss so